Original Multiple Choice, eine Einfachauswahl. Und diese Einfachauswahl lautet, welche Aussage trifft zu? Dissoziative Störungen nach ICD-10 sind a. Störungen mit objektivierbaren Symptomen der vegetativen Stimulation wie Herzklopfen, Schwitzen, Erröten, Zittern. b. Sind Störungen mit Schmerz und anderen komplexen Empfindungen, die durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden. c. Sind Störungen der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen. d. Werden vom Patienten als abnorm und belastend interpretiert. Die Aufmerksamkeit wird meist auf ein oder zwei Organe oder Organsysteme fokussiert. und e. Sind Störungen, die trotz anderslaufender ärztlicher Befunde mit der anhaltenden Überzeugung und ständigen Sorge darum einhergehen, an einer schweren körperlichen Erkrankung zu leiden. Nochmal. Dissoziative Störungen a. Sind Störungen mit objektivierbaren Symptomen der vegetativen Stimulation wie Herzklopfen, Schwitzen, Erröten und Zittern. b. Sind Störungen mit Schmerz und anderen komplexen Empfindungen, die durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden. c. Sind Störungen der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen. d. Werden vom Patienten als abnorm und belastend interpretiert. Die Aufmerksamkeit wird meist auf ein oder zwei Organe oder Organsysteme fokussiert. i. Sind Störungen, die trotz anderslaufender ärztlicher Befunde mit der anhaltenden Überzeugung und ständigen Sorge darum einhergehen, an einer schweren körperlichen Erkrankung zu leiden. b. Also wir sind hier ganz klar im Bereich der F4, dissoziative Störung. Das ist ja eine relativ komplexe Nummer, diese F4. Die typischen Formatsbelastungsneurotische Störung und hier eben die dissoziativen Störungen. Dissoziation bedeutet ja Abgespaltenheit. Bedeutet, da ist etwas nicht integriert, also nicht in dem Sinne von assoziiert, dem Gegenwortpaar, sondern dissoziiert, Abgespalten. Die Frage ist, was ist denn hier dissoziiert? Irgendwas ist körperlich ungewöhnlich. Also damit abgespalten. D.h. wir haben einen seelischen Konflikt, wir haben eine psychische Konfliktlage, die eben körperlich abgespalten ist und zwar ungewöhnlich körperlich abgespalten ist. Der frühere Begriff zur dissoziation lautete hysterische Neurose, was übrigens auch heute noch gültig ist, siehe triadisches System, es ist ja nicht nur der ICD-10, der im Vordergrund steht. Also dissoziative Störungen und histrionische Störungen, z.B. bei der Persönlichkeitsstörung nennen wir das ja histrionische Störungen und bei den neurotischen Störungen nennen wir das Hysterie, sind also eine Begrifflichkeit, also sind Begrifflichkeiten, die eng zusammenhängen und das Gleiche eigentlich meinen in der Richtung. Und die Frage ist, welches von diesen Auswahlmöglichkeiten ist denn im Sinne einer dissoziativen Störung? Also da geht es ja oft um Abspaltung von etwas, was eben konflikthaft gewesen ist oder was konflikthaft ist, was sowas wie einen Trance-Besessenheitszustand ausmachen kann, was eine ungewöhnliche körperliche Symptomatik hat und ungewöhnlich bedeutet, dass sie medizinisch nicht objektivierbar ist, dass jemand ein Gefühl hat, als wenn er gleich ersticken würde, als wenn der Hals zugehen würde, als würden Lähmungen aufsteigen im Körper von unten nach oben und ihm die Luft nehmen oder alles abschnüren. Das ist der Globus Hystericus, den wir kennen. Das ist also sowas wie ein Kribbelgefühl, das einen plötzlich überfällt, wo man denkt, der ganze Körper ist ungewöhnlich gelähmt oder auf eine bestimmte Art und Weise gelähmt. Und das hat natürlich zu tun auch mit Störungen der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit. Was ist denn damals passiert? Was ist geschehen in der Richtung? Das hat natürlich auch zu tun mit der eigenen Identität und natürlich mit unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegung. Also diese Empfindungsstörungen sind sehr ausgeprägt bei hysterischen Störungen und hier bei den dissoziativen Störungen. Das ist wie gesagt das neuere Synonym für hysterische Störungen, dissoziative Störungen, unmittelbare Empfindungen und natürlich die Kontrolle von Körperbewegung. Da entgleist etwas im weitesten Sinne und der Körper reagiert automatisch, dramatisch, sehr dramatisch oft, automatisch, auch in der Art verselbstständigt, also gewissermaßen auch durchaus vegetativ verselbstständigt, sodass die Kontrolle eingeschränkt ist und etwas passiert und man das in den Vordergrund dramatisch spielt und darstellt, dass man Aufmerksamkeit bekommt von Menschen, sodass eben der zentrale dynamische Aspekt dieser Störungen, dissoziativen Störungen, die Aufmerksamkeit ist, weil ich eben ungewöhnlich reagiere, ungewöhnlich körperlich, ungewöhnlich in diesem zum Beispiel Besessenheitszustand, das ist ja auch eine Option davon, kriege ich eine besondere Aufmerksamkeit. Und damit hat es natürlich mit Identität zu tun, es hat oft etwas zu tun mit der Verarbeitung von Erinnerungen an die Vergangenheit. Was man sich merken sollte in diesem Zusammenhang, wir haben dissoziative Störungen, wir haben also Hysterie gleichzeitig eben auch, oder dissoziative Hysterie als Einheit, wir haben Konversionsstörungen, Konversionsstörungen sind jetzt Störungen, die tatsächlich eine körperliche Symptomatik haben, wo also ein Mensch einen psychischen Konflikt hat oder hatte und der entsprechend konvertiert wird in körperliche Störungen, Schnittstelle ist hier eben Psychosomatik, dann haben wir auf jeden Fall das Phänomen auch der Hypochondrie, also eine psychische Störung im weitesten Sinne, die sich hypokondrisch niederschlägt, also diesen Bewusstsein an einer schweren und schwersten körperlichen Krankheit zu leiden, die verkannt wird und deswegen auch dringend diagnostiziert werden muss, also dieses Laufen von Ponzis zu Pilatus an Diagnostikern, um eben da Recht zu bekommen, dass man wirklich eine schwere körperliche Erkrankung hat. Und wir haben natürlich so ein Phänomen wie Somatisierungsstörungen, das wir uns auch merken müssen in dem Zusammenhang, also psychische Konflikte, einen psychischen Konflikt, der sich in verschiedenen Organen, Organsystemen, vor allen Dingen fluktuierenden Organsystemen und Organen, also wechselnden Organbefindlichkeitsstörungen, niederschlägt. Diese Dinge sollten wir auf jeden Fall im Zusammenhang merken, weil die Körperlichkeit oder die Kommunikation oder der Ausdruck des Körpers immer auch darauf hinweist oder hinweisenden Charakter hat, dass ein psychischer Konflikt im Hintergrund steht. Aus der Vergangenheit, aus der Unmittelbarkeit, meist in Form von Konfliktmustern, deswegen eben auch diese Vergangenheitsgeschichten, die wichtig sind. Also das sind wesentliche Zusammenhänge, die man immer wieder sehen muss bei dem Begriff Psychosomatik, Konversion, dissoziative Störung, Hysterie, Hypochondrie, Somatisierungsstörung oder eben auch die Begrifflichkeit somatoforme Störung. Also eine Störung, das hatten wir, glaube ich, noch nicht genannt, eine Störung, die körperliche Symptome zeigt und auf körperliche Symptome weist, jedoch ohne medizinischen Befund. Das heißt also, der Körper ist eigentlich gesund, es wird trotzdem somatoform demonstriert. Das hat ja einen demonstrativen, oder diese ganzen Dinge haben, das ist vielleicht ein ganz schöner Ausdruck an dieser Stelle, einen demonstrativen Charakter für diesen Menschen, der so etwas hat. Und das liegt natürlich auch kulturell daran, dass dem Körper Aufmerksamkeit geschenkt wird, medizinisch, therapeutisch und auch generell, also in unserem Leben und Lebensbewusstsein und das insofern etwas sehr Wichtiges ist. Wenn wir jetzt die einzelnen Alternativen doch mal durchgehen, dann können wir sagen, die dissoziative Störung A sind Störungen mit objektivierbaren Symptomen der vegetativen Stimulation, wie Herzklopfen, Schwitzen, Erröten, Zittern. Objektivierbar ist das nicht, sondern es ist ungewöhnlich, besonders demonstrativ, medizinisch ohne Befund. B sind Störungen mit Schmerz und anderen komplexen Empfindungen, die durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden. Es ist auch nicht die dissoziative Störung, sondern das wäre eine autonome Funktionsstörung des vegetativen Nervensystems, also eine typische, früher oder auch vormals oder heute auch noch gültige vegetative Dystonie. Das wären diese Störungen mit Schmerz und anderen komplexen Empfindungen, die durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden, ist also keine dissoziative Störung. C sind Störungen der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegung. Das ist genau die richtige Alternative. Dennoch von der Argumentation werden von Patienten als abnorm und belastend interpretiert. Die Aufmerksamkeit wird meist auf ein oder zwei Organe oder Organsysteme fokussiert. Das ist ebenfalls nicht und nicht das Phänomen von dissoziative Störung, sondern wäre zum Beispiel ein Bestandteil der Somatoformenstörung. Die Ehe sind Störungen, die trotz anderslaufender ärztlicher Befunde mit der anhaltenden Überzeugung und ständigen Sorge darum einhergingen, an einer schweren körperlichen Erkrankung zu leiden. Das ist genau die Definition der Hypochondrie, die trotz anderslaufender ärztlicher Befunde mit anhaltender Überzeugung, ganz wichtig, ständigen Sorge an einer schweren körperlichen Erkrankung zu leiden.